Herr Baumann, Ihr Beitrag spricht Bände. Ich kann mir vorstellen, dass nach der Rede von Herrn Keuter und nach der Presseeinlassung Ihrer Vorsitzenden gestern Sie unter Erklärungsdruck stehen. Aber am 12.10. wurde der ganze Mechanismus Anpassungsverfahren, was da zu tun ist, von der Bundestagsverwaltung an alle Fraktionen verschickt. Sie hatten hinreichend Zeit, sich damit zu befassen. Und einen Antrag in der parlamentarischen Geschäftsführerrunde darauf, dass wir das erst in der Kalenderwoche im Januar befassen, habe ich vermisst. Der ist nicht gestellt worden. Das habe ich gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass das wehtut, dass Sie da auch ein paar Rückfragen in der Fraktion kriegen. Das ändert aber nichts an der Tatsache. Vielen Dank.